Wie kann man Standardformen einfügen? Wie können diese mit Verbindern verbunden werden? Ich gebe jetzt eine entsprechende Symbolleiste. Wir nehmen hier Standardformen aus. Dann wähle ich mir zum Beispiel jetzt mein Dreieck aus. Ich ziehe das auf. Ich nehme noch eine andere Standardform aus. Hier so etwas. Gehe ich nochmal zu den Standardformen, damit ich nichts Falsches erwische. Und noch eine vierte. Die Standardformen wähle ich mir aus. Jetzt nehmen wir uns da hier dieses Parallelogramm zum Beispiel. Habt ihr jetzt hier und wähle mich jetzt hier Verbinder aus. Es gibt ja viele verschiedene Verbinder. Nehmen wir hier einen Kurvenverbinder aus. Wenn ich hier mit der Maus mal hinfahre, sieht man, dass sich hier die Ecken verändern. Ich klicke jetzt hier drauf. Noch einmal wähle ich mir das aus. Jetzt habe ich zu kurz losgelassen. Wähle ich hierher und lasse die linke Maustaste gedrückt. Dann gehe ich jetzt hierher. Dann wähle ich mir jetzt einen weiteren Verbinder aus. Wenn ich jetzt hierher gehe und die Maustaste lasse ich gedrückt. Die linke Maustaste. Gehe jetzt wiederum hierher. Und ziehe jetzt die Verbindung hierher zum Beispiel. Jetzt kann ich. Wenn ich die Objekte verschiebe, verschieben sich dann ebenfalls die dazugehörenden Verbinder. Derart und Weise kann ich dann sehr schön, ja zum Beispiel Organikanen oder irgendwelche anderen Bilder oder Grafiken, die ich darstellen möchte, gut abbilden. Ja genau. Bis dann!